Mein Name ist Florian Scholz. Ich bin Intendant von Bühnen Bern, dem großen Theater in dieser Stadt und lebe jetzt seit zwei Jahren in Bern. In der heutigen Zeit hat der Journalismus, wie wir wissen, immer schwerer. Umso wichtiger ist es, dass es Medien mit einer großen Konstanz gibt. Journal B ist ein solches Medium mit sehr viel Leidenschaft. Man merkt, mit sehr viel persönlichem Einsatz geführt und in der heutigen Zeit ein ganz, ganz wichtiger Player.